So liebe Leute, heute geht es heute mit Need for Speed Unbound. Wir wollen unbedingt heute den Mazda X7 Spirit holen und dann dauert es vielleicht auch ein Zwei-Rennen. Gehen wir von nix wie übernix zur Folge aus, grobe Richtung, dass wir... Kein Kopf. Ich bin geschäftig, Speedy. Suche mehr geöffnete Türen für dich. Ach ja? Ähm, was für Türen? Solche, durch die du Rennen gewinnst. Die Türen mag ich. Ich weiß. Wir sehen uns. Klar, wieder Kopf ohne Hände unterwegs. Aber wir haben uns auch noch Wagen fertig. Ich weiß auch nicht, welchen ich das nächste nehme für die Klasse S. Könnte aber sein, dass es tatsächlich irgendwas in die Richtung wie die Corvette wird oder so. Wir schauen mal. So, Rivalen. Es gibt nur Leute... Ja, jetzt vermutet es, die Corvette da hinten wird. So, äh, Event. So, wer gewinnt, kriegt ein Auto. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Ich hab langsam angefangen. Los geht's! Oh, das ist so groß. Das brauche ich. Mach das ja nicht nochmal. Ich mag Herausforderung. Endlich ein bisschen Action! Die Zentrale verfolgen T-Person. Wenn wir beide verlieren, teilen wir das Geld! Verabschiede dich von deinem Cash! Ich sollte eigentlich gerade im Unterricht sitzen! Ich sollte eigentlich gerade im Unterricht sitzen! Das war zu einfach! Scheiße, Mann! Das war zu einfach! Scheiße, Mann! Das war zu einfach! Ich sollte eigentlich gerade im Unterricht setzen! Ich sollte eigentlich gerade im Unterricht setzen! Stärke her! Du hast doch was, wie Frischmann ziel! Dankeschön, blöder Kopf, ey. Ich hab unter Schüttung gefleicet und ich hab's nicht weggeschossen. Dritter sogar noch geworden. Ich probiere es nochmal. Lass das Rennen beginnen. Ich darf meinen Einsatz nicht verlieren. Nicht schon wieder. Der hat das Fahnen beigebracht. Ich seh schon deinen Hinterkopf. Wir machen ernst, ja? Niemand überholt mich. So leicht lass ich dich nicht vorbei. Stratte ist bereit, die Zielperson zu fassen. Nimmst du auch Pizzagutscheine statt Cash? Team, streiten wir hier. Wir sind raus. Ja, sowieso verloren. Du weißt, dass ich hinter dir bin, ja? Damit kommst du mir nicht so leicht davon. Sag, irgendwas passiert immer. Irgendwas passiert immer. Ich will diese scheiß Karre nicht haben. Gucken wir es nochmal. Ich wäre locker reingekommen. Ich hätte das Ding, wenn die Karre einen Wegantrieb hat. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Haben wir Geld gewettet? Hör mich nicht erinnern. Das lass ich dir mal durchgehen. So leicht lass ich dich nicht vorbei. Was? Wo kommst du denn her? Noch hab ich Zeit, dich einzuholen. Dreckskopf, Alter. Mann, musst du eigentlich mir einmal auf den Sinkel gehen? Mit mir mit, ich muss dir da noch reinfahren. Ich fahre mal voraus. Scheiß Kopf, Alter. Nicht nur scheiß Kopf, sondern scheiß NPC. Sind wir, gehen wir... Haben wir Geld gewettet? Ich kann mich nicht erinnern. Wiedersehen. Zentrale, dir geht es zu wie beim Autoscooter. Ich mag Herausforderung. Ich mag Herausforderung. Streit mir hier. Wir holen uns den Punk. Boah, ich hab die Karre, Junge. Oh, Justicia hat sogar verloren, ey. Weil ich den noch in den Kopf gedrückt habe. Der Kopf, der mir die ganze Zeit auf den Sand gegangen ist, den ich dann irgendwann weggeballert habe. Heute nicht, gute Frau. Heute nicht. Heute ballere ich dich weg. Mein Auto. Und damit gehört der Matta X7 mir. Oder auch nicht. Wir werden gerne gehen. Interceptor hängt sich ans Ziel. Alle Einheiten, Subjekt flieht Richtung Jefferson Hills. Interceptor hier, um das Ziel abzufangen. Zentrale hier. Straßensperre bereit. Die Streife hilft euch aus. Die T-Person fährt wie mein halbblinder Onkel. Die sind jetzt reingefahren. Die sind jetzt reingefahren. Das Futter ist das Risiko, nur... Ja, gut, ich hab die Skatte zu mir. Scheiße. Nein, 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 nein. Die Zerschweinere ist an der Zentrale. Ich bin raus. Ich bin raus. Tschüss. Ich hänge weiter an diesen Cloud. So, ich seh' ja weg. Ich seh' ja weg. Ja, bitte. So, jetzt haben wir das Ding gewonnen. Ich hab' das Auto, wichtig. Ach, er ist umgeräumt und jetzt finde ich gar nichts mehr. Nur noch ihre alten Pizzakartons. So, Wagen. Meine Wagen. Sie fahrts ein Abflussauto, hm? Äh, alles sollten. So, was haben wir denn? Verkauf. Äh, verkauf war das nämlich gerade. Ach so, okay. Wir können ja nicht... Okay, meine Autos. Gut. Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann verdienen wir uns endlich die Kohle für das... Ähm... Für die Qualifikation. Und ich muss mal kurz die PlayStation, als wir das Spiel neu starten. Bis dann. Tschüss. Ja, wenn man will's. Sim, das ist klar. Ja, das ist klar. Vielen Dank.